Polizisten sind brauner Dreck? Solche unfassbaren Aussagen kennt man vielleicht von linksextremen Staatsfeinden. Aber nein, das meinte kein Autonomer aus Leipzig-Konnewitz, sondern eine Dozentin an der Polizeihochschule von Nordrhein-Westfalen. Unvorstellbar? Nein, im Deutschland des Jahres 2023 leider bittere Realität. Die Frau, die an der Polizeihochschule mindestens genauso viel am Platz war, wie Robert Habeck im Wirtschaftsministerium, heißt Baha Aslan und hat einen türkischen Migrationshintergrund. Statt sich aber nach einer solchen unerhörten Entgleisung zu entschuldigen, verteidigt sie ihre Aussage und inszenierte sich selbst als Opfer einer vermeintlichen Hetzkampagne. Ich bin jedenfalls froh, dass die Dame mittlerweile von der Polizeischule entfernt wurde. Denn unsere Polizisten kämpfen jeden Tag an vorderster Front gegen jene Auswüchse, die die Altparteien mit ihrer Politik zu verantworten haben. Dafür verdienen sie Respekt und Anerkennung und keine Beleidigung durch eigene Lehrer an der Polizeihochschule. Seht ihr das genauso? Dann lasst mir ein Like da und folgt mir für weitere Videos. Mit den besten Grüßen aus dem Deutschen Bundestag, euer René Springer.